Ja, erste Frage an den Bundestrainer, Marc, Sie und die Team sind ja seit gestern hier in Ungarn und haben jetzt auch die ersten drei Trainings-Einheiten hier absolviert. Wie ist denn Ihr erster Eindruck von den Gegebenheiten, der Unterkunft und den Trainingsmöglichkeiten hier vor? Ja, bisher ist alles durchweg positiv, also von der Organisation bis über die Trainingsplätze und auch hier alles, was im Hotel so passiert, ist es wirklich sehr, sehr gut. Die Transfers kommen pünktlich, wir haben einen sehr, sehr guten Trainingsplatz, auf dem wir arbeiten können. Das Hotel ist top, Wetter spielt mit, was ja auch für das allgemeine Wohlbefinden der Spieler eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und man kennt das ja auch, wenn das Wetter gut ist, dann kann alles andere, kannst du auch unterm Zelt hausen, so ungefähr, dann passt das schon. Und insofern bin ich ja sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt in den ersten anderthalb bis zwei Tagen so vorgefunden haben und wie wir uns auch vorbereiten können. Das verläuft alles sehr planmäßig. Und ja, dementsprechend bin ich fürs Erste zufrieden und wenn das so weitergeht vom organisatorischen Niveau her, dann werden wir hier auch echt eine klasse EM erleben. Ich würde die nächste Frage gerne nochmal an Sie stellen, Marc. Wenn Sie sich die gesamte Vorbereitung nochmal vor Augen führen, also den Mai mit 4 Nations Cup Anfang des Jahres, der in meinen Augen relativ gut lief, aber dann auch wieder die durchwachsenen Testspiele gegen Polen und Tschechien jetzt Mitte des Jahres bzw. kurz vor dem Turnier anschauen, welche Rolle trauen Sie Ihrer Mannschaft hier zu? Ja, die Vorbereitung in diesem Jahr war tatsächlich nicht ganz so optimal, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind letztes Jahr aus der EM gegangen mit dem Ziel, uns nachhaltig einzuspielen. Es ist uns nicht ganz gelungen, weil wir viele personelle Probleme hatten durch Veränderungen, Spielerabsagen, Spieler, die ausgefallen sind. Wir mussten nachnominieren, konnten nicht ganz so scouten, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr, sehr gute Mannschaft am Start, die nur noch nicht so eingespielt ist, wie wir das vielleicht gehabt hätten. Ja, in Witten konnte man schon sehen, dass bei gerade einigen jungen Spielern sehr viel Potenzial ist, die wir in der neu gegründeten U21 jetzt in diesem Jahr rekrutiert haben. Die letzten Ergebnisse gegen Tschechien und Polen waren sicher ernüchternd, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber aus jeder Niederlage kann man ja auch viel mitnehmen und das haben wir versucht zu tun und das werden wir auch weiterhin so machen. Und unterm Strich liegt der Fokus ganz klar auf den Tagen, die wir hier sind, weil hier haben wir die Möglichkeit, ganz gewichtig an den entscheidenden Schrauben zu drehen, die nötig sind, um erfolgreich zu sein. Und da bin ich ganz guter Dinge und der Ausblick für das Turnier. Wir versuchen aus der Gruppe herauszukommen. Wir sind dieses Jahr vielleicht ein bisschen demütiger als in der Vergangenheit. Wir reden nicht von vornherein vom Titel, sondern wollen einfach mal gucken, dass wir das erste Spiel gewinnen und dann sehen, was passiert. Und die Truppe macht bisher einen sehr, sehr willigen Eindruck, einen sehr motivierten Eindruck. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so schnell wie möglich unsere Automatismen zu finden, dann werden wir auch einiges bewegen können. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich und auch der Großteil der Mannschaft die jüngeren Spieler auch erst seit dem Lehrgang in Polen kennen. Jetzt sind auch noch mal welche dazugekommen, sodass wir eigentlich seit gestern eine ganz neu formierte Mannschaft sind. Also zum größten Teil haben wir in Polen schon mal zusammengespielt, aber es sind noch zwei, drei Spieler dazugekommen. Natürlich versuchen wir als erfahrene Spieler gerade, die auch schon Europameisterschaft gespielt haben, die Jungen so ein bisschen zu führen. Aber wie der Bundestrainer ja auch gerade schon gesagt hat, hat die U21 mittlerweile auch schon eine Europameisterschaft gespielt, die U21 Europameisterschaft, sodass sie ja auch nicht neu auf dem Kleinfeld sind, sondern sie wissen, was sie zum größten Teil erwartet. Natürlich ist hier noch mal ein bisschen mehr Präsenz, es kommen mehr Zuschauer, auch jetzt die Medienarbeit ist vielleicht noch ein bisschen größer. Aber grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg. Wir sind jetzt anderthalb Tage hier, haben uns so ein bisschen beschnuppert, haben uns kennengelernt, haben auf dem Platz jetzt auch schon drei Trainingseinheiten hinter uns und man integriert sich ja schnell, kommt schnell aufeinander und wir haben ja auch im Endeffekt ein gemeinsames Ziel und zwar so weit wie möglich zu kommen und von daher passt das alles. Dann noch eine eher persönliche Frage an die Florian. Heute ist ja das erste Testspiel hier in Ungarn gegen Griechenland. Werden da irgendwelche Erinnerungen bei dir nach? Stichwort Kreta 2013. Ja, werden sie. War damals ein sehr verrücktes Spiel. Es war auch die erste Kleinfeld Europameisterschaft, die wirklich auch schon so in den semiprofessionellen Bereich ging, wo wirklich dann auch ein Stadion am Strand stand, wo wir große Augen gemacht haben. Und an dem Abend haben wir wie gesagt gegen Griechenland im Viertelfinale gespielt. Oder war es das Achtelfinale? Das Achtelfinale damals. Wir sind zum Platz gefahren und haben halt schon gleich gesehen, dass das ganze Stadion voll ist. Nicht nur, dass alle Plätze belegt waren, sondern dass sie auch an der Straße standen und dementsprechend natürlich lautstark für Griechenland präsent waren. Also die Fans sind damals auch 1-0 in den Rückstand geraten. Ich war der Glückliche damals, das 1-1 zu machen. Es war halt schon Gänsehaut, wie dann innerhalb von kürzester Zeit das Stadion auf einmal im Mucksmäuschen still war. Haben das Spiel dann damals auch im Elfmeterschießen bzw. im Neunmeterschießen im Krimi gewonnen, sodass das natürlich an dem Abend perfekt für uns lief. Kurios war vielleicht auch noch, dass die Griechenland-Fans, die griechischen Fans, nach dem Spiel schon ein bisschen aggressiv waren, sodass wir nicht gleich das Spielfeld verlassen durften. Mussten sogar auf die Polizei warten und wurden dann mit einer Polizeieskorte zum Hotel befördert. Es war halt, wie gesagt, ein kurioser Abend. Lief für uns perfekt und es ging in dem Turnier dann halt auch noch relativ weit. In Montenegro haben wir ja auch schon gegen oder beziehungsweise dann auch im Viertelfinale gegen Griechenland gespielt damals. 2015? 14. 14. Achtelfinale. Achtelfinale. Ja, Mensch, ich konzentriere mich auf dieses Turnier. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und da haben wir sie damals auch 5-1 geschlagen. Von daher, Griechenland liebt uns. Sie haben immer eine gute Mannschaft dabei. Technisch sehr gut. Von daher ist es ein guter erster Test. Heute Abend werden wir sehen, wo wir stehen. Wir sind, wie gesagt, noch nicht eingespielt, sind individuell aber trotzdem eine sehr starke Mannschaft. Und wenn wir dieses Mannschaftliche, dieses Geschlossene und dieses, dass einer für den anderen kämpft auf dem Platz, wenn man das merkt und das sieht, dann glaube ich, kann es weit gehen. Aber wie gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ja, Marc, wieder eine Frage an Sie. Montag, 22 Uhr, geht dann das Turnier richtig los. Also, erstes Spiel gegen Israel. Inwieweit kann heute, also das Testspiel gegen Griechenland, richtungsweisend für dieses Spiel sein? Ja, also das Wohl und Wehe unseres Turnierverlaufs wird nicht von diesem heutigen Spiel abhängen. Sicherlich ist es eine gute Standortbestimmung. Das hat Florian gerade schon richtig gesagt. Dass wir nach den drei Trainingseinheiten schauen können, wo wir jetzt wirklich stehen, wie weit wir sind. Ganz klar wird sein, all das, was heute nicht funktioniert, wird nicht unbedingt am Montag immer noch so sein. Also, wir haben genug Zeit noch zu verbessern. Alle positiven Dinge nehmen wir natürlich mit. Klar ist, wenn wir heute eine gute Leistung zeigen, erhöht das das Selbstvertrauen und die Motivation, dass man weiß, okay, Dinge fruchten, Dinge greifen schnell ineinander. Und mit einem Sieg, klar, immer wenn du Spiele gewinnst als Fußballer, als Sportler, dann gibt dir das nochmal einen kleinen Schub und den versuchen wir heute natürlich aufzubauen. Aber ich sehe das auch relativ nüchtern und gelassen, dass ich einfach weiß, es wird zwischen dem Spiel heute und dem Spiel am Montag noch unheimlich viel passieren. Insofern ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber es wird nicht entscheidend für den Ausgang am Montag sein. Vielen Dank. Florian, vielleicht noch eine letzte Botschaft an die deutschen Fans, bevor es dann Montag losgeht. Also, in Richtung Livestream wird ja alles live zu verfolgen sein. Also, grundsätzlich ist es so bei mir und ich denke auch bei allen anderen in der Mannschaft, dass wenn man nach dem Spiel nach Hause kommt, beziehungsweise das erste Mal auf sein Handy schaut und im Endeffekt sieht, wie viele einfach diesen Livestream verfolgt haben, dass uns das persönlich natürlich stolz macht, dass uns das natürlich auch motiviert. Einfach zu wissen, dass zu Hause wirklich welche am Stream sitzen und uns verfolgen, uns zusehen, wie wir Fußball spielen. Von daher hoffen wir natürlich, und so war es ja auch in den Jahren jetzt, hat es ja auch immer mehr an Wert gewonnen, dieser Kleinfeldfußball. Es haben immer mehr zugeschaut und wie gesagt, uns motiviert das extrem. Hoffen natürlich, dass diesmal wieder zahlreiche Leute einschalten. Und wie gesagt, wir werden unser Bestes geben, versuchen guten Fußball zu spielen, einen attraktiven Fußball, damit das natürlich auf dem Livestream dann auch schön ausschaut. Am Ende des Tages zählt natürlich das Ergebnis und von daher versuchen wir, die Vorrunde jetzt zunächst einmal als Sieger zu verlassen. Und dann geht es weiter Richtung Achtelfinale. Und ja, ohne Fans geht es nicht. Und ja, schaltet ein. Dankeschön.